Manchmal wollen wir uns verändern, weil wir merken, mein Verhalten passt überhaupt nicht mehr zu mir. Ich möchte lieber in einer neuen Version reagieren. Ein Weg dazu, das hinzukriegen ist, benimm dich schon mal so. Genau wie ein Schauspieler, der sich auf seine Rolle vorbereitet. Beweg dich, wie diese neue Version von dir, sprich so, schlüpf schon mal rein. Denkst du jetzt vielleicht, hallo, ich spiele doch keine Rolle, ich will ja echt sein. Na, das hoffe ich doch. Und genau deshalb eben mein Tipp, denn es gibt immer zwei Wege, etwas zu erreichen, den von innen nach außen. Heißt, du hast dich entwickelt, fühlst dich deshalb anders und strahlst das auch aus. Oder du gehst von außen nach innen, dann benimmst du dich zuerst anders, deshalb fühlst du dich anders und dann bist du anders. Beide Wege wirken, der erste ist organisch, der zweite läuft unter der Headline, fake it till you make it. Beide Wege, habe ich oft erlebt, führen zum Ziel.